Hallihallo und Willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Wir sollen hier jetzt den Hauptsitz der Sensor-Technologie platt machen. Also so klingt das jedenfalls. Aber wir gucken uns hier natürlich vorher noch mal um, wer weiß ob es hier nicht noch irgendwo. Kommen wir da rauf? Nee. Warum auch immer nicht? Naja, okay, aber hier gibt's nichts. Oh. Toll. Oh Gott, ich muss rekon-, rekonfigurieren, nein, rekon-, nein, rekonstituieren, ach verdammt. Ich wusste es, ich wusste es, denke ich. Was war es? Ah. Kaputt. Da, die Frau. Ich kenn sie. Sehr gefährlich. Ich hab sie schon mal gesehen. Nein. Sie war. Stoppt sie. Stoppt sie jetzt. Da. Schnappt sie. Haltet sie auf. Ah. Schnappt sie. Oh, los. Schnappt sie jetzt. Na, super. Boah. Trace. Irre und unverlustbar. Ich krieg immer die Besten. Äh, na schön. Äh. Ach, natürlich haben wir keinen davon. Okay. Ach. Ich hab hm. Ja. Wir brauchen sie leben. Das war's. Alles klar. Oh. Und wie auch der Gitarre bürger. Er ist einfach so gut. Ja. Äh. Ja. Nein. Schnappt sie. Wir brauchen sie leben. Da kommt nur Die werden hinüber Wollte mal was sehen oder nicht Pass mal auf Na das lief ja jetzt nicht so gut für euch Au Ah Mist Die Kacki Was auf Machen wir nochmal so Ich will euch nochmal was zeigen Was tun Was schlecht ist Viel Spaß damit Junge Ach natürlich war es das noch nicht Ja ich weiß Ach komm Wird ja auch immer fieser hier Weißt du Also Gut aber wir sind zumindest In der zweiten Welle Und unsere Lebensenergie Ist damit auch gefüllt Au Gar nicht gesehen Hallo Hallo Was denn jetzt Hier Weil pass auf Wieso brauchen denn alle so lange Was zum Wieso sind alle in der Cooldown Phase Au Ey schrill doch mal voll Deine Base Junge Na geh weg Ah shit Au Jetzt hör doch mal Uff hier Das ist jetzt echt Nicht mehr schön Natürlich lebst du noch Oh Da ist auch noch einer Oh Zwei Na dann komm mal Ja hier Leute Alles Etipidete Hm Ach komm Ich will doch nur die Zeit Hier ein bisschen Totschlagen Oh Oh Äh Da Rost in Frieden Der steht wieder auf Alter Lass deine Drohgebärden Bleiben Freundchen Bist ihr nicht mehr Wünscht dir was Nillen Finde diesen Wirkopf Von Claudi Zugangsprotokolle Zum Konzeptionswürfel Die gute Nachricht ist Dieses Mal ist er zu Fuß Und die schlechte Nachricht Sein Gedächtnis bröckelt weg Er ist fast schon ein Lieber Handle schnell Wie kriege ich ihn Er geht rauf zum Hauptsicherheitsposten Im 103. Stock Nimm den Lasten auf Zug Um ihn abzufangen 103 Wir sind in der Wir sind im 6. Alter Wir sollen diesen Wirkopf Jetzt noch mehr verwirren Junge, Junge, Junge So und das natürlich Jetzt bis 103 Ähm Wollte ich schon sagen Geht natürlich nicht so Ohne weiteres Hallo mein großer Ja ich kenne dich noch Und bestimmt gleich Danach kommt bestimmt noch einer Das wird nicht bei dem einen bleiben Na super Vielleicht tue ich das ja Ja Wir kommen Boah, diese Anzahl an Feigengrade steht überhaupt nicht im Verhältnis zum Spiel. Ich frage mich gerade, ob wir hier auch den Roste in Frieden einsetzen können. Ich meine, das ist eine Maschine. Dafür musste er es mal treffen. Ich um eine große Klappe. Können wir echt einsetzen? Echt? Ah, uuuhh! Geh weg, du widerlicher Schmock! Ey, komm, jetzt hat er gerade seine Strukturschwäche und wir kriegen hier voll noch eine. Das war gemein! Du bist ein kleiner Stinkebär! Oh! Du läufst doch! Aua! Mit billigem Frittierfett und nicht mit hochklassigen Maschinenöl! Wir müssen warten! Wir müssen noch ein Stückchen warten! Naah, scheiße! Du nicht! Ich würde gerne mal was ausprobieren! Ja! Ah, der Rost entfrieden geht nicht. Okay. Schade. Wäre aber mega cool gewesen. Komm, geh mal weg. Komm, geh mal weg. Ah Mist, wir haben die Strukturspeche zu spät genutzt. Okay, dann terminieren wir ihn mal. Ich hoffe, ohne verdrücken. Na also. Eine Erneuerung schafft dem Diener dienen. Soll ich nicht mal an, wir sollen jetzt irgendwie die Bremsen lösen? Oder dort hoch? Oder dort? Oder dort? Oder dort? Ähm. Nein? Hast du noch Informationen für uns? Ne, hat er nicht. Ach da. Wie denn das? Der war total weh. Der war total weh. Wie kann man sowas geheim halten? Naja, wie dem auch sei, wir werden es in der nächsten Folge herausfinden. Bleibt also dran. Bis dahin. Und tschüssi.